Die Netzhaut ist flach, zweidimensional. Dennoch erleben wir die Welt in allen drei Dimensionen. Wir nehmen sie räumlich wahr. Diese Tiefenwahrnehmung verdanken wir der Tatsache, dass wir zwei Augen haben. Wir sehen binokular. Auf kurzer Distanz sieht jedes Auge ein nahes Objekt aus einem etwas anderen Blickwinkel. Durch die Verrechnung beider Bilder kann das Gehirn Größe und Entfernung des Objekts bestimmen. Verändert sich der Abstand zu den Augen, müssen die Augenmuskeln den Blickwinkel für jedes Auge individuell anpassen. Das Gehirn nutzt sogar diese Information zur Berechnung der Entfernung. Auf diese Weise ist räumliches Sehen allerdings nur im Nahbereich möglich. Aus den unterschiedlichen Bildern beider Augen entsteht das Gesichtsfeld. Beim Menschen umfasst es 180 Grad in der Horizontalen. Dieses Gesichtsfeld setzt sich nicht nur aus linkem und rechtem Bereich zusammen, sondern auch aus innerem, zur Nase gelegenen und äußerem Anteil. Am Schiasma-Optikum wechselt die Hälfte der Fasern des Sehnervs die Seite, sodass die linke Seerinde nur Informationen des rechten Gesichtsfeldes erhält – und umgekehrt. Die Verarbeitung der visuellen Information beginnt dann im primären visuellen Kortex. Von dort werden dann Signale zur weiteren Verrechnung der Rauminformation an nachgeschaltete Hirnregionen gesandt.